Oh, nein. Was können wir ablegen? Was haben wir noch? Was könnten wir noch ablegen? Ein Schleim. Ach, ich kann es verkaufen. Ach, super. Was ich nicht verkaufen kann. Oh, das da ist wichtig, was auch immer das ist. Ich will es haben und verkaufe dafür... Auch nichts gelegt. Das ist, glaube ich, recht wichtig. Ja, ich gucke mal gerade, ob ich sonst noch irgendwas verkaufen kann. Was war das? Bärenstein, das da... Ja, wächst alles nach. Das auf gar keinen Fall. Ja, bitte. Brauche ich im Moment nicht. Ja, im Moment auch nicht. Würde ich sagen. Weiter. Ja, ich gucke mich. Nichts gut. Hm, hat doch der Fall. Jawohl. Was ist das denn? Entschuldigung, aber... Uran. Ups. Und da sind es leider drei. Ja, äh, ja. Oh Gott, ich... Okay. Gucken wir mal, ob wir da vielleicht noch ein bisschen mehr Uran kriegen. Weil Uran klingt so, als könnte es sich lohnen. Und Stein und Kohle. Ähm... Soll es auch irgendwas, was wir hier im Moment nicht brauchen? Eisenbarren, hör mal auf. Noch eine Kohle. Gut. Ja, Knochen, bitte. Ja, Kristall, bitte. Ja, ne, leeren Stein. Behalten wir mal. So, gut. Nein. 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 Weiter. Ja, keine Ahnung. Ja. Oh, da ist noch einer. Oh. Oh. Nein. Ja. Mhm. Ja. 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 Noch zwölf. Hallo, stirbst du bitte? Töten. Fünf ist da sicher, aber fünf ist fünf, also müssen wir noch ein bisschen, sogar drei, noch drei und die sind nicht hier unten, die sind gerade da. Eins, zwei, drei, drei, fünf, das ist nicht mal knapp. So, dann schnappen wir uns noch ein bisschen dran. Wollen wir ganz kurz nochmal gucken, was haben wir da? Irgendwas, was wir jetzt wegwerfen können. Ja, bitte. Eisenbahn, ja. Machen wir wieder Stein und... Oh, Stahl ist zu wertvoll. Stein. Kohle. Was auch immer das ist, ich habe keine Ahnung. Das brauchen wir später für die schwere Beschwörung und sowas in der Richtung. Genau. Wasser. Zack. So. Ja. Dann fahren wir weiter. Ja. Frage ist, wie oft, wie lange? Da bin ich auf Spanien. Ich bin auf Stuhl. Ich bin auf Stuhl. Okay. Ah doch, da ist er dann gut in welchen Fall. wir brauchen noch 14 und so bitte mal sterben noch sechs gegner noch einer wie ich das ja gut wir haben noch ein minütchen aber ein minütchen ist nicht viel wo geht es da weiter wo ist noch einer da ist er doch und eigentlich das nicht so ich würde sagen ein bisschen annehmen gold erz brauche ich wirklich nicht ja das inventar ist voll weil ich ja wieder was ist ja noch mal drin ich weiß es lehrensteine lehrensteine nehme ich mit so wir verkaufen also den tatsächlich langen run in der richtung den mache ich natürlich nicht jetzt den reich habe ich sogar irgendwann offline weil das ist eigentlich ja aber bis zum nächsten meilenstein mach ich es noch also wieder ein bisschen platz gut das hat nichts mit meinen verstorbenen verwalten zu tun den uhr an der stahl nehme ich immer gerne noch neun der hat ziemlich geholfen da lade ich ein bisschen auf dieses leeren ding als minigame macht schon spaß aber noch irgendwas was wir brauchen könnten jetzt außer uran CRG geräumt aber die die Egal. Oh ja. Ne, Eisen brauche ich nicht, aber Stahl nehme ich immer mit. So, schnell nochmal. Genau. Verkaufen. 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 Ne, komm du. Ganz ehrlich. Ba-ba-ba-ba-ba. Boah. Achso, ne, hier. Verkaufen. So. Bin mal gespannt. Ah, das ist es genau. Wenn ich das also schaffe. Oh. Oh Mann. Oh Mann. Ja, das ist genau das, was ich nicht wollte. Ey, hau ab. Ich darf das nicht nutzen. Ja, ich weiß. Warte mal ganz kurz. Ich, äh. Ja. Wow. Genau. Okay. Das ist, äh. Ein bisschen heftiger. Kannst du gut sterben? Nee. Nee, komm, wir müssen. Nee, komm, wir müssen. Nee, komm, wir müssen. Ich glaube, hier sterben wir. Damit habe ich aber nicht gerechnet. So. Das bringt auch nichts. Okay. Wie viel noch zwei, äh, Quatsch. Wie soll das gehen? Naja. Ja. Ja. Tier, das ist Quatsch. Ja, genau. So. Mhm. Ärgerlich. Aber gut. Äh. Und ich bin auch wieder fit. Und habe ja auch alles dabei. Und ich bin nicht gestorben. So. Und dann werden wir mal hier ein bisschen was abliefern. Boah. Das war ein bisschen anstrengend, ne? So. Ähm. Ja, die Suppe haben wir. Eiscreme hatten wir doch jetzt auch nochmal. Naja, egal. Die Cookies? Nein. Ähm. Sa- Ach so. Eiscreme, Cookies und Sandwich. Gut. Mhm. Ja. Brauchen wir drei. Warten hier. Ist mir jetzt egal. Ich bin jetzt ein bisschen, äh, durch. Frage ist, ne, wir warten hier nicht. Ich glaube jetzt habe ich genug. Sag mir bitte, ich habe immer noch nicht. Ach. Ach. Warte mal. Irgendwo können wir doch irgendeine Produktion noch machen, ne? Irgendwas war möglich. Was war denn hier? Leeren für? Ja. Leeren für? Glasfaser, papier, leeren Rose. Quatsch. Boah. Leeren Rose habe ich genug. Papier, ja gut. Glasfaser, das ist, ja gut. Hier machen wir also schon mal nichts. Hier. Können wir leeren Stahl machen? Ja, ne? Ja, ne? Aber nicht mit Elektronik. Ja. Das so brauchen wir, ne? Das hier. Äh, äh, ähm. Ja, das ist im Moment nicht wichtig. Ähm, wo war das denn mit dem Amulett? Wo könnten wir das Amulett dann machen? Doch nicht hier. Irgendwo haben wir was gebaut, womit wir, was war das da? Habe ich vergessen. Schleimsiegel, das haben wir. Ja, giftiges Siegel. Achso, ja genau. Aber ich... Ah, wo war das denn? Was haben wir denn gebaut, womit wir das machen können? Ähm. Oder war das auch? Ja, hier, ein Kristallamulett. Was brauchen wir dafür? Ja, nochmal so ein Relikt. Na stimmt, das geht alles nicht. Also. Hallo, wo bist du? Da. Da. Stirb. Ja. So, nochmal ganz schnell da rein. Wo ist das Eis? Wieso habe ich das nicht? Mhm. Gut. Das habe ich nicht. Habe ich es wirklich nicht? Nein. Nein. Gut. Ja. Nö, ist nö. Ist okay. Warte, ich weiß mal. Cookies und Sandwich, ne? Mhm. Nö, ich bin... Also, hm. Cookies. Erstmal für Sandwich. Haben wir alles gut. Also nochmal Cookies. Fünf. Und dann gehe ich das Eis holen. Mann. Dann hat er jetzt das Eis angebollert. Ja. Und die Cookies auch. Mhm. So. Das heißt, wir nehmen uns das Eis. Und hauen stattdessen den Pfaden rein. Dann schnappen wir uns den Cookies. Und hauen stattdessen... Och, weiß Gott, was ist ja hier, ne? Uran. Giftiger Schleim. Können wir alles machen, ne? Ja. Gut. Ja. Bald sind wir da durch. Ja. So geht's nicht. Wir müssen das... Mhm. Ja, noch zwei. Und dann gehe ich da hin. Mach noch das Sandwich. Ja. Da bleibt immer die Zeit stehen. Das ist ja unangenehm. Aber na ja.